Und damit willkommen liebe Leute zu einem weiteren Trophy-Tip bei Assassin's Creed Odyssey. Diesmal ein irrsinniger Sieg ist natürlich hier dieser Zusatz-Boss-Fight mit dem Minotaur-Rennen. Das Ganze könnt ihr natürlich ausmachen, nachdem ihr zum Beispiel erstes Mal nach Atlantis geschickt worden seid, da die Trophy absahnt für den Pythagoras, der euch die Folgequests gibt, die und die Regionen zu besuchen hier, um das ganze Ding da zu versiegeln etc. Das heißt, einer der Bosse hier, der Minotaure, ist hier unten in Mesara, also ganz rechts unten in der Karte. Da habt ihr auch den Schnellreisepunkt-Labyrinth der verlorenen Seelen. Genauer gesagt ist dann hier der Trigger oder die Vision dann schlussendlich hier im Palast von Knossos. Da ist auch hier so ein gelbes Ausrufezeichen, wie jetzt hier zu sehen, direkt hier an dieser Stelle, hier mit von Mythen und Minotauren, heißt dann die Quest schlussendlich, die wird aufgesplittet, auch wieder in drei kleinere Quests, die natürlich klar soweit abschließen, bis dann die Hauptquest euch dementsprechend direkt zum Minotauren führt. Der skaliert mit eurem Level mit, bis halt auf 50 hoch, glasklar. Aber ja, ist überhaupt connect, den eigentlich zu besiegen hier, groß zu erwähnen oder groß zu zeigen. Also Schwierigkeiten, alles drum und dran, sollte es eigentlich hier mit der Questreihe nicht geben. Denn, das heißt, geht einfach da hin hier in Mesara, hier unten und triggert die Quest hier an, bei Palast von Knossos von Mythen und Minotauren, heißt das Ding hier, von so einem kleinen Jungen dann in dem Fall, na also nicht wundern den Altar, dann in dem Fall kurz antatschen hier, dann kommt der kleine Junge und gibt euch die Quest. Falls ihr, wie gesagt, nicht da sein solltet, wartet auch so kurz mit der Story noch ein bisschen ab. Ihr müsst nämlich schon weitestgehend fast durch sein, um hier nach Atlantis schlussendlich geschickt zu werden mittels einer Hauptquest. Kann ich jetzt leider so nicht mehr zeigen, weil ich hier sehe, das ist ja 1 zu 1 hier nicht mehr. Aber zählt auf jeden Fall hier, müsst ihr erst unter Odyssee gezählt haben, beziehungsweise seht ihr das ja dann hier auf der rechten Seite hier, ob da hier was ist, hier von wegen Atlantis. Also geht einfach hier gegen Ende der Story zum Beispiel hin, habt ihr hier keine Probleme, auch mit dem Level her nicht. Und dann habt ihr definitiv auch die Quest für Atlantis. und somit auch Pythagoras, der euch natürlich dann da hinschickt hier, den Minotaurin dann schlussendlich auch killen. Ja, ich hoffe, das bringt euch einigermaßen, dass hier die Lokation hier ist natürlich jetzt hier nur ein Lokationsguide, aber reicht eigentlich auch, weil die Hauptquest annehmen, für den Minotaurin durchballern, Boss killen, kommt dann automatisch am Ende der Quest und gut ist, ich wünsche was, viel Spaß damit, haut rein, servus, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017